Hallo in der Runde, willkommen zum Resultat. Ihr seht es, Rang 5100, Highlight in Top-Prozent ist hier der Truppentoken und die 50 Paladin-Waffen dahinten kommt nichts mehr. Meine Verteidigung ist leider über die gesamte Zeit, ja, erster Tag A, drei Tage B und gestern noch einen Tag D. Okay, aber immerhin, der Angriff lief gut, wie gesagt, nur dreimal nichts gemacht und dabei leider zweimal null Punkte. Hat trotzdem gereicht, hätte ich nicht damit gerechnet. Viel Erfolg, schönes Wochenende, tschü!